Hallo Leute, es ist soweit. Erstmal in eigener Sache, jeden Samstag gibt es auf meinem Channel einen 5 Euro Gutschein unter den Abonnenten, unter den Members. 5 Euro Coupon für die Mitglieder, jeden Samstag, und speziell dieser Samstag, wir haben den 12 heute. Es ist am Sonntag 40 August, ich glaube. Es ist am Sonntag 40 August, ich weiß nicht. Dann kann der Gewinner des Coupons einen PS5 kaufen. Also der Gewinner des am diesem Samstag verlosten Gutscheins über 5 Euro, der kann sich über die Frage freuen, möchte er vielleicht eine PS5 kaufen, anstatt ein 5 Euro Coupon zu gewinnen. Als Beweis, dies hier, das ist der Karton von meiner PS5 und ich habe eine zweite bekommen, die, wie man sieht, noch versiegelt ist und bleibt auch versiegelt, bis derjenige sie übernimmt. Ja, wie gesagt, jeden Samstag 5 Euro Coupon, wahlweise von Microsoft, Steam, PS, also Playstation Store oder Amazon. Also, das kann man sich dann aussuchen. Nur derjenige muss mir ab jetzt innerhalb von 7 Tagen schreiben. Tut er das nicht, dann war es das mit dem Gewinn. Pech. So, und das gilt auch jetzt für diesen Samstag, wo eben die Playstation zum Verkauf steht. Wer möchte, kann. Ist ein kann, ist ja kein muss. Derjenige kann dann wählen. Entweder 5 Euro oder er kauft eine PS5. Dazu muss man aber sagen, da sie jetzt schon so ein Stück durch Deutschland geschickt wurde, ich habe sie nämlich über drei Ecken bekommen. Mittlerweile kann man ja sowas so gut wie gar nicht direkt kaufen. Ja, das zu meinem... Und ihr müsst einfach nur den Button drücken, abonnieren, dann seid ihr dabei. Also, wer will, kann. Ist ja keiner, geht's rum. Und vergesst nicht, nur Abonnenten, die ich sehen kann, die kann ich natürlich bei der Ziehung mitnehmen. Mal wieder, wie immer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also, ich zähle auf euch. Lasst sehen. Ich lasse euch sehen. Alles klar? Ja.